hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two ja der las ist gerade noch am schlafen wollte ich gerade sagen ja bin ich ich habe so komische sicheldingen jetzt auf dem rücken und keine ahnung was ich damit machen kann aber ich kann spritzen was du das jetzt soll ich das jetzt nicht das was du jetzt noch mal auf dass irgendwas geld ich muss das festhalten ja du musst da drauf spritzen mir kannst du das rausholen irgendwie das soll mein sichel angriff sein nennt sich das aber bringt das jetzt bringt es los ok das bringt auf jeden fall was aber was ist denn das zeug was ich hier jetzt spritzen konnte das unkraut vernichter kommt mal her ameisen ich kann das bei euch ausprobieren okay also da kann ich nichts machen kannst du da was mal nein hier steht ich kann das anvisieren aber ach jetzt funktioniert das eben nicht okay was da muss was da rein ach du kannst was da noch das ist was ich habe eine puste blume du meinst du bist eine puste blume ich bin eine warte mal kannst du mich irgendwie mitnehmen also ich kann nur hier rechts rum aber ich kann doch warte mal nein scheiße warte warte okay verstehe jetzt geht's ja komm ja du verrecktes verrecktes ach du weißt was ich meine ich kann es ist schwer ja wir sind draußen im garten und ich dachte du hast dich um den garten gekümmert aber wie sieht es ja genau 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 Will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? Ha? Ha? No. May? Let's take this purple stuff out. Let's do it. Vamonos! Genau. Ähm. Ich kann nicht glauben, wie viel es spüren hat. Das ist, wie die Infection funktioniert. Oh, das ist ein Kaktus. Aua, das wird ein Kaktus. Ich will den nicht machen. Oh, ja. Mach du den... Oh, warte mal. Kann ich noch mehr? Nee. Oh, nee, so nicht. Komm kuscheln, Schatz. Äh, warte mal. Du sollst schießen, glaube ich. Nicht auf mich. Oh, der hat... Ich kann mit den Dingern schießen. Das ist geil. Oh. Oh, fuck. Fuck, was können die? Die musst du kaputt machen, glaube ich. Oh, oh. Ich kann die auch kaputt machen. Aber ich schätze, wir müssen da durch, oder? Weil hier kommen noch mal mehr. Ich kann nicht gehen, ne? Ich muss brechen. Ne, 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 ne. Ach so, ich dachte, jetzt kommen unendlich viele. Ne, ne. Ich hab sie genailed. Ich hab sie genailed. Ich will was grad sagen. Das erinnert mich an unsere... Ne, die erste Folge war nicht die zweite. Ja, irgendwo zweite oder dritte Teil, ne? Oh, hier sind Äpfel leckere. Oh, ich will auch... Da ist noch ne Blume. Gib mir die Blume. Ich hab noch leckere Bio-Äpfel hier, aber die sehen besser aus als die. Wow, du bist so schön, Cody. Oh, Schatz, du siehst so hübsch aus. Oh, und ich denke, ich kann dir helfen. Ah, guck mal. Ja. Das bin ich. Ich kann mich verlängern. Ich kann... Ach so, ich kann's verlängern noch. Ja, dann mach mal weiter. Vielleicht kann ich drauf springen. Ja, du kannst auch... Warte mal. Ich mach mal eben das. Da kannst du drauf. Aber da kannst du nur kurz drauf. Hier kann ich auch drauf. Aber da... Ja, ich kann hier rum. Okay, ich kann dabei nicht schlagen, während ich das mache. Okay. Das ist das Höchste. Aber bei dir komm ich doch nicht drauf, ne? Nee. Ich kann nur links drauf. Aber wenn ich so... Guck mal, kannst du da drauf? Kannst du links nicht da durch? Ja, da. Aber das geht weg, wenn du dich verlängerst, oder? Warte mal. Ich kann da nicht rüber. Ich kann nicht lenken nach... Nee, ich kann nur in die eine Richtung. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was bringt uns das jetzt? Ich mach mal neun. Achtung, spring. Äh? Ja. Das bleibt doch stehen. Und ich mach nochmal einen. Und jetzt... Das ist ein bisschen weit weg, ne? Achso. 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 Achso, das bleibt doch stehen. Sollte ich normalerweise auch so schaffen, aber... Jetzt kannst du da rüber, und wie komm ich da jetzt... Achso, ich bleib abgehen. Achso, ich bleib aber dann hier. Ich bin nicht abgebrochen. Ja, da musst du links durch. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen. Warte mal. Oha! Nein, du musst die Pflanze wegmachen. Ich bin tot. Okay. Das ist schon mal gut, aber das ist nicht das Loch, wo ich eben kaputt gegangen bin. Soll ich jetzt durchspringen, oder was? Na warte, warte, ich helfe dir. Hier komm ich. Achso. Ja, Blätter, Schatz. Aber nicht da... Ja, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Das war nicht so clever. Mach die Blätter mal ein bisschen weiter, damit ich da hinten hin kann. Du musst... Kannst du gar nicht nach links? Doch, doch. Vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Probier mal. Ich hänge in der Zeit noch eine Runde ab. Ne, ich kann nicht nach links. Na, dann mach mal relativ mit. Doch, doch. Doch, mach da mal. Nein, warum rutscht die ab? Ist sie du? Ja, es geht aber. Komm, probier nochmal, dass du was hast. Ich passe einfach nur verkackt. Ne, sie hat verkackt. Sie ist abgerutscht gerade. Noch ein bisschen? Oder... Nein! Und du hast verkackt. Nein, das war die Blume. Die wollte woanders hin. Ich weiß immer noch nicht, was vorwärts ist. Warte mal vorwärts. Ich verlasse mich nicht mehr auf dich. So, warte mal. Ist das jetzt frei? Ja, nee. Also eben doch jetzt. Ja, ja, ja. Du kannst durch. Und hier müssen wir aus die wieder eine neue, hübsche Blume machen. Warum muss ich eigentlich die Blume sein? Oder E-Fol. Keine Ahnung. Das sieht so komisch aus. Warum bist du eigentlich nicht die Blume? Kommst du mit? Wenn du mir einen Weg bringst? Nicht so weit. Du musst es nur alles aufbauen, oder? Ich hoffe, es ist so einfach. Nicht so weit, nicht so weit. Du bist viel zu weit. Äh. Ja, aber wenn ich jetzt zurückkomme, bist du weg. Das geht doch. Stell dich doch nicht so an, ey. Noch einmal. Nein! Nein, nein! Aber da bist du daneben gesprungen. Du bist zu weit gesprungen, meine ich. Ach, guck mal. Ja. Die sind auch da. Stimmt. Das war so klar. Ey, du siehst auch nichts. Warte mal, bleibt das so? Dann kann ich wenigstens ein bisschen was sehen. So. Das ist natürlich jetzt scheiße. So geht's raus. Das ist nicht scheiße. Okay. Außerdem bist du die Blume, weil ich dieses mega interessante, diese Sichel habe. Du meinst, weil ich die Schönheit bin? Nein, weil ich die Sichel habe. Du kannst aber da oben drüber springen, glaube ich, jetzt, ne? Hä? Eben konnte ich die noch kaputt machen. Warum kann ich die jetzt nicht kaputt machen? Also wässern. Okay. Komme ich auch nicht so durch? Ach, du musst da was mitmachen. Jetzt kann ich sie bessern. Kannst du mal richtig da reintreffen? Nicht, wenn du die immer so schunkeln lässt. Das mache ich doch gar nicht. Das macht das Ding selber. Regenwurm? Nein, eine Fleischschweiß. Alles klar. Genau, Unkraut beseitigen. Deswegen habe ich die Sichel, Schatz. Und was habe ich? Das kann ich machen. Ah, das war nicht so günstig. Okay. Hä? Ich habe sie... Mach mal, mach mal. Ja, ich bin tot. Die hat mich getroffen, obwohl ich gar nicht in der Nähe war. Okay, ich habe das. Wir haben mehr Kompany. Es geht so weit. Ach, komm. Also, du musst was mit der machen. Und dann? Ich halte es offen. Jetzt mach was rein. Wasser, Wasser. Oder was auch immer. Nee, das geht nicht. Ah, ich musste schlagen. Okay. Ja, und bin dabei gestorben. Ja, geil. Warum bin ich jetzt gestorben? Als sie weggegangen ist gerade. Komm, jetzt geh doch mal weg. Das geht gar nicht. Was ist das denn? Was macht der denn hier mit mir? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das sorgt dafür, dass wir gleich beide sterben. Ich war fast voll, aber hat nicht gereicht. Also, ich habe nicht mitbekommen, dass ich einmal getroffen worden bin gerade. Mach was mit ihr. Ich muss erst mal da hin. Hä, was ist das? Hey, wenn das nur bei mir in der Nähe ist, dann bin ich schon fast tot. Na, die Viecher gehen mir auf den Sack. Ja, die versuche ich ja zu treffen. Aber das Problem ist, ich sterbe, wenn die um mich herum geht, irgendwie. Mach, mach, mach. Komm schon. Na, ich bin tot. Warum bin ich jetzt tot? Nein, ich auch. Da war überhaupt nichts. Oh, nein, ich bin noch nicht tot. Ich habe geschafft. Nein. Oh, Mann, ey. Mann. Mach, 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 mach. Komm, 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 komm. Lauf doch mal, Mensch. Ach, du kannst die auch haxeln. Ja, ja, das habe ich auch. Nein. Nein. Oh, ich bin tot. Nein, ich habe noch eine Hand. Komm schon. Geh da hin. Nein. Nein, nein, nein. Boah, ich bin gleich tot. Ich auch. Ich komme hier nicht weg. Das Problem ist, ich werde dann von den Kleinen aufgehalten in dem Moment. Ich habe, oh nein, ich habe sie doch. Ich bin gleich tot. Ja, scheiße. Scheiße, ich habe sie, aber ich bin auch gleich tot. Mach schnell. Komm, 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 komm. Ich bin immer am Ausweichen, aber... Mach, mach, mach. Aber er nimmt es irgendwie nicht so schnell an. Ich weiß auch nicht. Komm, komm, komm. Gib mir den Rest. Ja, komm schon. Das ist voll ätzend, weil... Greenhouse, Spa. Ich will lieber in Spa. Ich bin mir nicht sicher. Spa ist doch... Ach, müssen wir dann da durch, oder was? Hier ist eine Schnecke. Hallo, Schnecke. Ja, das bin ich. Ich auch. Aber nicht unbedingt von dem Waden hier, oder? Ich dusche mich mal eben. Sollte es sich vielleicht vorher hier ausziehen. Darf ich auch noch eine Massage kriegen? Ich sehe aus wie guter. Eine Massage mit einer Raupe. Ja. Ich habe mein Inner Peace gefunden. Dein Inner Peace? Ja. Oh Gott. Kopf, Massage. Ich muss hier mit den Füßen. Das ist geiles, den Sitz möchte ich haben. Den du hast. Allerdings weiß ich nicht, ob ich auf so einem Bio-Sitz stehen würde. Naja, sagen wir es mal so, mit dem Kopf das sieht komisch aus. Ich werde gerade Fußmassiert. Was ist mit euch? Ach, ihr gehört da einfach nur... Was machen die? Okay, was ist das hier? Ach, die machen auch noch mal Fußmassage. Das habe ich ja schon gehabt, sorry. Meine Füße sind verraten. Aber das ist wirklich helfen. Nein, nein, tiefer. Ah. Eihihi. Oh yes, please don't stop. Don't stop. Und duschen. Kann das sein, dass wir hier nichts mehr machen müssen sonst? Ey, wir haben hier gerade ganz viel zu tun. Hinter nicht gerade noch was? Ja, ich schätze, das war nur eine schöne Erholung für Zwischenrufe. Eine Erholung. Ja, das war das wahr. Ich schätze, dann müssen wir jetzt ins Greenhouse gehen. Was nicht gut sein wird wahrscheinlich. Okay, da oben ist was. Das musst du machen, ne? Ja. Ach nee, ich musste das... Schlagen. Ah, jetzt hat die ganze Dusche überhaupt nichts mehr gebracht, ey. Oh, nein, das ganze Greenhouse ist infectiert. Es sieht aus, dass es sich aus demnühen ist. Ja, es ist. Du kennst das plant? Nein, nein, ich habe das nicht plantiert. Du bist sicher? Was ist das erste Blumen, die du in der Greenhouse plantiert hast? Du sagst, Joy? Joy? Was? Ist das Joy? Ich wusste nicht, dass du deine Pläne nennen hast. Na, das erste. Ich wollte nur, dass Joy immer ein Teil unserer Leben sein. Oh, Cody. Das ist schön. Ja. Alles ist infektiv. Es ist noch Zeit, Cody. Die Infektion, und du wirst wieder geblieben. Okay, Book, du bist richtig. Komm schon, May. Wir müssen das stoppen. Komm schon, Mande. Aber, bevor wir uns an diesen neuen Abschnitt heranwagen, der Epi liegt hier schon auf der Lauer, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und uns dann um den Rest dieses seltsamen, verwucherten Gartens, den... der lebe Epi ja angelegt haben soll, aber sich nicht drum gekümmert hat. Oh, Mann. Ich glaube, der Epi hat so viel von diesen komisch aussehenden Äpfeln gegessen. Ich werde der Ursache mal auf den Grund gehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis später. Ciao. 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 Ciao.